Hallo Leute und willkommen zurück ich bin's wie bei Jan und ja es geht weiter mit Dragon Ball Rating Days 2 und ja lang lang ist es her dass ich mal wieder Dragon Ball aufgenommen habe bestimmt zwei drei wenn nicht sogar vier oder fünf Wochen ja das ist sehr lange her ja ich hatte oft in den Ferien auch nicht wirklich Lust oder so ich hatte zum Glück ja noch viel im vorhinein aufgenommen deswegen konnte ich halt die ganze Zeit noch Dragon Ball nehmen aber letzte Woche ist es ja sogar ausgefallen ja aber jetzt geht es wie gewohnt weiter und ich denke es wird auch nicht noch mal ausfallen außer es kommt halt noch irgendwie was dazwischen oder so aber ich denke nicht dass es jetzt noch mal passieren sollte aber es kann ja immer irgendwann was sein ja ich hatte halt in den Ferien oft keinen Bock oder keine Zeit oder so und jetzt wo ich dann Schulanfang wieder hatte vor allem dann mit neuen Schule und was weiß ich wollte ich mir jetzt auch nicht den Stress machen Dragon Ball dann noch irgendwie aufzunehmen und so und ich denke mal ihr könnt es mir verzeihen und ja dann ja das einzige was ich weiß ist dass wir bei Cyber Nummer 19 waren weil ja da bin ich jetzt gerade stehen geblieben weil das speichert ja immer beim letzten wo in der Galaxie war und ja ich weiß auch nicht ob ich noch was sagen wollte ich glaube ich jedoch ich wollte mir noch entschuldigen und falls man wie immer irgendwie draußen was hört oder so weil ich habe wieder Fenster auf damit sie nicht zu warm drin wird und damit auch mal ein bisschen frische Luft hier reinkommt und naja Vögel Autos whatever und ja normalerweise hat man es gar nicht gehört und wenn doch entschuldige ich mich ja dann okay mein Internet war gerade kurz weg aber es ist wieder da aber es stört ja eh nicht bei Dragon Ball gut dann würde ich sagen fangen wir jetzt an ähm ja vorher erstmal nochmal Objekte gucken ob wir noch was ausrüsten können oh ja wir können ein bisschen was ausrüsten direkt ein paar mehr Sachen äh ja gut die können wir direkt eigentlich ausrüsten dann noch äh den unbeziehbaren Geist und dann haben wir auch noch genug für den Kampfschlag wo ist er wo ist er da ist er gut ein Schlang beendet ja pfuh so ist schon mal wieder Dragon Ball aufzunehmen das ist echt schon lange her ist heftig naja gut dann würde ich sagen ja gut Superangriffe gucken wir einfach nochmal rein ähm da haben wir aber nix neues und ich glaube angeguckt ähm haben wir alles ich weiß es nicht ist ja auch egal Absorption 19 können wir uns angucken sonst müssten wir alles gehabt haben ich glaube Absorption 19 könnte wirklich sein dass wir es noch nicht hatten weil ähm ja weil es ja ein Cyborg ist und so und wir hatten ja jetzt noch nicht Kampfschlag ausgerüstet und ich würde sagen gucken wir uns einfach Augenstrahl äh äh gucken wir uns Absorption 19 an vielleicht auch nochmal Augenstrahl oder so weil ich weiß gar nicht mehr was ich schon gezeigt habe und was nicht aber ich denke Augenstrahl habe ich schon gezeigt vor allem das macht ja eh nur ein bisschen Abstand vom Gegner ähm ja gut dann zurück und direkt Kampfstart nein das war jetzt äh super schlau von mir ähm weil den Kampf haben wir schon fertig das heißt ich kann jetzt direkt wieder rausgehen unnötige Zeit verschwendet tut mir leid aber passiert halt mal passiert einmal kann ich nicht ändern Rückzug ja weil Kämpfer die wir schon geschafft haben brauchen wir nicht nochmal machen ne so gut dann als nächster Kampf kommt der hier gewinnen während deine Gesundheit stetig abnimmt beide Gesundheit nimmt stetig ab gut die Gegner nehmen auch stetig ab und ja ist nur auf Schwierigkeit normal ich denke das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen und dann ja direkt Kampfstart dann werde ich denke ich mal heute jetzt direkt probieren äh ja den ultimative Angriff zu machen dann haben wir den schon mal gesehen vielleicht haben wir auch schon gesehen ich weiß es nicht weil klar wir haben Cyborg und so aber das war ja sogar ein vierer Kampf und da kann es ja sein dass ich genug gehabt habe ich weiß auch nicht mehr was die Bedingungen jetzt von dem vierer Kampf waren aber wir machen die Attacke gleich einfach und dann sehen wir ja ob wir die schon gehabt haben oder nicht wenn ja auch egal ich würde ja irgendwann eh wieder gemacht nur ich will sie am Anfang lieber ähm also wisst ihr ja dass ich am Anfang lieber aber doch den hat ich glaube ich hab das oder nee es haben wir nicht glaubt nicht mehr es dürfte ich doch noch nicht gehabt haben ich will nicht sicher ich glaube nicht ähm weil ja ihr wisst ihr ich zeig das lieber direkt einmal alle Attacken die wir zumindest noch vorher noch nicht gesehen haben und ähm ja schade egal also ich zeig ja vorher lieber nochmal alle Attacken die wir noch nicht gesehen war ja das war jetzt ein bisschen so die wir noch nicht gesehen haben und dann mach ich die irgendwann eh nochmal aber ich zeig sie erst mal alle wieder aussehen und dann das wisst ihr ja ne so wir haben noch zwei Bike in Leben aber ich denke mal das sollten wir trotzdem hinbekommen weil das sollte eigentlich nicht allzu schwer sein und ja das war gerade wir haben die Meisterung wäre ich durch einen doofen Fehler gemacht so abwehren ja ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen die Steuerung also ich weiß noch circa also das wäre jetzt nicht die schwerste Steuerung aber warum dauert das so lange bis ihr das macht dann wird das auch öfter treffen egal ähm ja ich weiß ich noch so ich muss noch kurz gucken aber ich denke das sollte alles so passen so jetzt nochmal und dann war es das K.O. schön haben wir den nächsten Kampf direkt geschafft ja gut dann werden wir jetzt äh ja es plus okay andere Mission ja und dann direkt den nächsten Kampf ne nachdem es geladen hat natürlich und wahrscheinlich gespeichert weil speichert er glaube ich immer auch nach Kämpfen war das so oder war es nicht so nach jedem Fall ich glaube nach jedem Kampf hat es auch gespeichert ich bin mir noch nicht sicher ähm du hast einen neuen Gegend Schlagangriff S brauchen wir jetzt nicht unbedingt aber gut haben einen neuen Gegend ja dann ähm Max Mervet hat sich um fünf Punkte erhöht fünf ist nicht schlecht aber ich werde jetzt noch zwei drei Kämpfe warten damit wir dann genug Punkte am besten für Schlagangriff L haben oder sonst für M ich bin nicht sicher ob wir jetzt schon für M haben ich glaube da müsste noch einer fehlen und ja ja er speichert ich wollte ja sagen es wäre auch am logischen wenn es immer speichert weil ne bei Baum sonst muss man immer extra speichern oder irgendwie neues Objektausrüstung oder somit speichert und ja gewinne gegen einen Gegner der mit der Zeit schwächer wird Gegner Schwierigkeitsgrad nimmt mit der Zeit ab Gegner Gesundheit nimmt stetig ab okay die Schwierigkeitsgrad ist schwer und er wird immer schwächer das sollte denke ich kein Problem sein und dann würde ich sagen direkt Kampfstart Gut C19 gegen Son Goku in Super Saiyan 1 Ich denke mal es wird 1 sein ich denke mal bei 2 wäre da auch schon äh wenn auch schon so Blitzchen ne Ich weiß es aber auch gar nicht ob das bei den Bildchen auch schon ist aber es sieht aus als wäre es der Super Saiyan 1 ja Gut ich denke mal das sollte kein Problem sein ich mach jetzt einfach mal die Attacke ist okay wahrscheinlich Wenn das den Gegner trifft dann geht der wahrscheinlich ein bisschen nach hinten oder so aber macht nicht viel Schaden aber ich teste es jetzt mal Ja das so geht das natürlich auch Äh so geht das soweit ne das geht nur ganz nah ich werde es aber jetzt testen Okay das geht anscheinend nur wenn man direkt vorhin ist oder so kommt mir grad so vor Ähm und deswegen machen wir das jetzt einfach nicht mehr Ja So aufpassen zack sah jetzt schön So komm rein drücken und dann sollte es auch schon kommen Ne das trifft nicht okay bei ihm kann man das leider nicht machen so wie es scheint Außer wenn die Gegner halt schon auf dem Boden liegen nur da macht es ja auch weniger Schaden wenn man es nicht früh genug macht Und deswegen lasse ich es bei ihm hier einfach lieber sein Alle beiden Moves waren vorhersehbar Ja das ist schön für dich So S-Rang okay Anno is to a man Ja Gut Dann doch Einkampf können wir auf jeden Fall noch machen Das dann haben wir äh schon Ich glaube Dragon Balls kriegen wir jetzt gar nicht mehr Ich glaube da hatten wir ja beim äh Äh Letzten mal Ja ich glaube auch im letzten Part den letzten Dragon Ball bekommen Weil wir dann alles freigeschaltet hatten Und ja aber dann haben wir zumindest die nächste Galaxis sozusagen fertig Nur noch nicht alle Kämpfe aber bis zum Mauskampf zumindest Und ja wir haben einen neuen Move erhalten Yippie Auch ein cooler Name Wir gucken uns auf jeden Fall an Also erstmal was er bewirkt und dann wahrscheinlich auch noch angucken Dann wahrscheinlich wieder der Maximalwert hat sich um 8 erhöht Das ist natürlich sehr nice Wird gespeichert Dann werden wir jetzt mal als erstes So Erstmal äh Objekte Zack Äh Nahkampf Und dann Schlagangriff L Und dann haben wir noch vier Punkte Mit vier kann ich so viel anfangen Ich denke mal dort sparen wir uns dann auf Einstein wendet Ja Und ich hoffe man hört jetzt nicht so ehrlich auf dem Controller Ich hatte grad irgendwie ziemlich drauf Warum auch immer Ich hab keine Ahnung wieso Äh so Super Angriffe Und dann gegen Ja gegen Pampa mach ich das mal Oder Pumper Keine Ahnung Pampa Pumper Je nachdem ob englisch oder deutsch Ob man es eigentlich oder deutsch ausspricht Auch wenn es deutsch ist Kann es ja eigentlich ausgesprochen werden Kann ja sein Äh ja yippie Wenn du dir ja Okay den gucken wir uns auf jeden Fall an Und ja Einstellung wendet Ja Nach unten Okay das merken wir uns Und dann setzen wir das gleich mal ein Gut Dann Was müssen wir überhaupt machen Besiege einen mächtigen extrem verbesserten Gegner Kia holt sich stetig Gegner Schwierigkeitsgrad Gegner Schwierigkeitsgrad Erhört sich mit der Zeit Leicht Gut das denke ich Klingen Kampfstart Gegen Vegeta In Super Saiyajin 1 Müsste es sein Ich denke schon Gut Nein ich habe mich verglückt Wie kann das passieren Ja Oh man So Jetzt Zack Erstmal den weghauen Dann haben wir so ein bisschen Distanz Und dann werden wir jetzt gleich auf ihn zu Sprinten Ja Danke So Zack Und dann Ja Bitte sag das nicht noch Ja Ja es ist Man kann es sich angucken Es ist so ganz Sieg der Scheiße da habe ich jetzt nicht aufgepasst Da habe ich nicht aufgepasst Ja Scheiße sagt man nicht Das macht man bla 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 Ich weiß Ähm Ja da habe ich Alter Jetzt Ja Ist langsam ok Vegeta Ja Chill mal dein Leben Bitte Alter Nein diesmal nicht Der geht gerade ein bisschen Rampage hier Also da habe ich gerade Ich habe bei dem ersten Glitchstadion gemacht Aber irgendwie ziemlich gefällt Da habe ich irgendwie voll nicht aufgepasst So das trifft aber Und das dürfte auch noch relativ viel Ja Nein Ich bin so Wie dumm ich bin Wüsste Ich bin Nein Jetzt So Geht doch Mein Gott Alter Das wird jetzt noch ein spannender Kampf hier Knapper Kampf zumindest Spannend Kann man sehen wie man will Ähm Das ist Weißt du Also den ersten Glitch Erstmal den ersten Glitchstadion hätte ich auf die V ausweichen können Da habe ich irgendwie nicht aufgepasst Und jetzt gerade Wisst ihr Ich weiche aus Also Ne Und Gehe dann wieder rein Ich bin So schlau Naja Was will man machen Ne Was will man machen So Zack Ja gefällt Egal Gut Dann war es das für diesen Part Erstmal gucken wir noch was wir freigeschaltet haben und dann ich der Part zu Ende Ja Bonus erhalten Maximalwert hat sich um 3 erhöht Da können wir glaube ich Schlagangriff Ja dann können wir Schlagangriff im nächsten Part ausrüsten Daaa Neues Bild erhalten Und Spiel dann werden gespeichert Gut dann hoffe ich wie immer dass es euch gefallen hat Ich will mich wie immer über eine Bewertung freuen Ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video und ich sage es wie immer tschüss bis zum nächsten Mal